Hallo, in diesem Video nur ganz kurz ein Hinweis auf einen neuartigen Schadware-Angriff, auf den Microsoft hingewiesen hat. Angriffe, die bei uns über E-Mail ankommen, die sind ja nichts Neues, aber das hier, das ist schon durchaus sehr kreativ. Also mindestens 100 Punkte würde ich dafür geben. Normalerweise kommt das Ganze bei uns per E-Mail in Form einer langweiligen PDF-Datei an oder eine Excel-Datei oder eine Word-Datei, die dann entsprechend natürlich geöffnet werden will. Haben wir alle schon in anderen Videos gezeigt. Auch Angriffe via HTML-Dateien hatten wir schon ebenfalls schon gezeigt. In der Regel haben dann die HTML-Dateien einfach nur Schadware aus dem Internet direkt nachgeladen und dann versucht eben auf dem Rechner abzulegen. Jetzt hier die Methode, ebenfalls eine E-Mail, ebenfalls ein Attachment, ebenfalls in Form von einer HTML-Datei. In der HTML-Datei, da wird aber jetzt nichts runtergeladen, denn, ich sag mal, der entsprechende Schadcode, der ist in Form von JavaScript schon dabei. Und dieses JavaScript soll wohl eine ISO-Datei auf dem Rechner erstellen. Auf die ISO-Datei, da muss der Benutzer natürlich am Ende noch draufklicken, da er aber nicht groß gewarnt wird, wird er das eventuell tun. Und für ihn wird sich das Ganze so darstellen, als wenn er einfach ein ZIP-Paket geöffnet hätte. Also der Explorer öffnet sich, bindet das ISO automatisch ein und zeigt den entsprechenden Inhalt an. Und der Inhalt soll dann wohl unter anderem sein, eben eine Link-Datei, die dann eben wohl Schadware aus dem Internet nochmal nachlädt, für den Fall der Fälle, dass er da zuerst draufklickt. Oder eben ein entsprechendes Textdokument. RTF funktioniert auf jedem Windows-Rechner als Textdokument. Und das hat dann eben verschlüsselte Schadware direkt mit an Bord. Das kennen wir schon aus anderen Videos, als wir das Ganze hier mit Word gezeigt hatten. Da kann man ein bisschen nach unten scrollen zum Beispiel. Da wird nämlich da direkt so ein Screenshot mitgeliefert. Also so sieht das Ganze dann aus. Naja, und dann eben entsprechend die Schadware. Hier auch die entsprechenden URLs, die dann aufgerufen werden. Die Zuschauer, die im eigenen LAN ein Piehole am Start haben und unsere Mail-Liste, unsere Spam-Mail-Liste abonniert haben oder eingerichtet haben. Kostet ja nichts. Die sind inzwischen schon geschützt, weil als das entsprechend rauskam, haben wir natürlich die zwei Domains direkt hinzugefügt. So, scrollen wir nochmal nach unten. Da geht es nämlich weiter. Jetzt hier ein Screenshot, wie das Ganze aussieht, wenn man eben die ISO-Datei mountet, also mit dem Doppelklick im Explorer am Ende dann öffnet. Sieht aus mehr oder weniger wie eine ZIP-Datei, dass das hier ein neues Laufwerk ist. Das dürfte den entsprechenden Opfern kaum auffallen. Jetzt in dem Moment eben hier so ein Link, hatte ich ja gerade schon gezeigt. In dem Fall allerdings eine PDF-Datei ist dabei Documents.dll, aber interessant jetzt hier Reports.link, also wenn dann einer meint, ja, ich will da reinklicken, weil ich will ja den Report sehen, dann wird in Wirklichkeit hier der Explorer geöffnet und der Explorer öffnet automatisch die Datei Documents.dll und das ist ja jetzt die Datei hier. Ja, also die Chartway, die da drin ist, die wird dann hier über den Link, über den Klick entsprechend geöffnet. Soviel also dazu, damit Sie da auf dem aktuellen Stand bleiben. Auf jeden Fall durchaus interessant, ich sag mal, der Level an Kreativität, der hier an den Tag gelegt wird, insoweit, die lassen sich regelmäßig was Neues einfallen. Okay.